Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es mal wieder ein Outfit of the Day. Und wie ihr seht, ist heute, glaube ich, der letzte wirklich wunderschöne Herbsttag, gerade nach dem Schnee. Und ich zeige euch mal, was ich heute so anhabe. Als erstes trage ich eine Sonnenbrille. Das ist eine Aviator-Sonnenbrille von Ray-Ban. Und es ist sehr, sehr stürmisch, wie ihr jetzt wahrscheinlich hört, weil ihr es wahrscheinlich nicht hört. Habe ich noch eine Frisur? Läuft es noch? Oh. Der Outfit of the Day habe ich bei Mr. Sven gestellt. Ich überlege euch das unten in der Infobox. Aua. Und mich hat irgendein Blatt erschlagen. Lowa, der ist von Kenzo. Den habe ich auch im offiziellen Online-Shop bestellt, weil mich sehr, sehr viele gefragt haben, wo ich den noch gefunden habe. Das ist aber, muss ich zugeben, die kleinste Männergröße, die es gibt, weil für Frauen ist ja überall Restlos ausverkauft. Dann dazu trage ich einen Gürtel. Den habe ich bei Asos bestellt. Den kann ich euch auch gerne verlinken. Der ist auch reduziert und ziemlich günstig. Den finde ich sehr schön. Und ein Rock von American Apparel. Den habe ich schon länger. Oder American Apparel. Ich kriege immer Schelte dafür, dass ich es falsch ausspreche. Und meine Schuhe, die sind von Gürt 17. Ich habe gehört, Gürt 17 gibt es bald gar nicht mehr. Also wer die noch gerne haben möchte, sollte sich wahrscheinlich beeilen. Und zu guter Letzt, hier noch meine Handtasche. Das ist meine kleine Mio Mio. Die habe ich in Paris gekauft, als kleines Annenken. Und ansonsten auf den Nägeln habe ich von Silicicen, den aus der neuen Designer-Kollektion. Den habe ich euch aber auch schon in meinem letzten Video gezeigt. Ich verlinke euch auch noch mal in der Infobox. Ja, das war mein Outfit. Sehr stürmisch. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen, nicht ganz so stürmischen Herbsttag. Bis bald. Tschüss. Tschüss.